Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Montagmorgen. Heute ist der 9. Mai 2022. Es ist ziemlich bedeckt, es ist, wie wir hier vorne sehen, leicht windig. Also, da könnte sich etwas drehen. Das ist heute durchaus möglich. Wir sehen hier, es geht Wind. Naja, so ein starker Wind geht auch wieder nicht. Das ist ja Sturm. Es geht ein ganz leichter Wind. Also, das ist auch wieder übertrieben, aber das ist ein bisschen. Ja, schön irgendwie. Die Wolken schauen irgendwie angenehm aus. Sehr schön. Und 15 Grad plus. Man hört einen Flieger, man sieht ihn nicht. Aber auch gut. Fernsicht. Naja, mäßig. Das heißt wieder hohe Luftfeuchtigkeit. Oder sieht man ein bisschen was? Naja, ein bisschen. Ah, da ist jemand. Hallo. Interessanterweise, Vögel höre ich so gut wie keinen, in der Ferne ein bisschen. Aber sonst, bei mir hier, meldet sich niemand. Irgendwie dürfte Ihnen das Wetter nicht zu geheuer sein. Schauen wir hier noch ein bisschen. Na, da sehen wir nur den Himmel. Aber egal. Gut, das war's. Weiter geht's dann zum rückläufigen Merkurier. Es meldet sich wer. Es meldet sich wer. Dann hab ich noch. Gut, das war's. Hopp. Vögel. Gut. Gut. Gut.